Musik Ich glaube gerade der heurige Ball zeigt wirklich, dass wir hier etwas bieten, was man keinesfalls verpassen sollte. Ein Ball, der drei Hochschulen zusammenbringt hier am Campus, die gemeinsam dieses gesellschaftliche Ereignis veranstalten. Ich habe in einem Medium schon gelesen, dass das als der Opernball der Wachau bezeichnet wird und ich denke, das sagt ja schon fast alles, warum man hier gewesen sein muss. Bei uns gilt der Spruch, wir dürfen hier arbeiten, wo andere Urlaub machen und einmal im Jahr sagen wir das anders. Wir dürfen hier feiern, wo wir normalerweise ganz viel arbeiten. Das Besondere ist, mein Mann hat sich heuer für diesen Ball erstmalig einen Smoking gekauft und jetzt passt auch das Outfit für den vierten Ball und für den fünften und den sechsten und den siebten. Jetzt ist er ausgestattet und jetzt passt das perfekt. Musik Mir macht es besonders Freude, dass hier nicht nur der Campus geöffnet wird für die Bevölkerung. Dieser Austausch zwischen Wissenschaft und Bevölkerung ist ein ganz entscheidender. Aber, dass hier auch internationale Gäste eingeladen sind und man zeigt, welch große Netzwerke diese Universitäten haben. Es treffen sich nicht nur mehrere universitäre Institutionen am Campus, sondern es kommen von nah und fern die verschiedensten Gäste, weil es eine Gelegenheit ist, einmal völlig auszuspannen und auf diesem wunderschönen Campus zu feiern. Ich denke, was sich hier entwickelt hat, zeigt einmal mehr, dass es also nicht nur ein Ort des Forschens ist, sondern auch das Ort des menschlichen Zueinanderkommens. Und jede Wissenschaft, jede Lehre, jede Forschung braucht auch den zwischenmenschlichen Kontakt und der wird da in ganz besonderer Art und Weise auf hochqualitativen Niveau gefördert und auch unterstützt und getan, sodass ich ihn gratulieren kann. Ehrlicherweise ist der Campus Balling die Heimtiefer irgendwie und ich bin ja sehr froh, wenn er jetzt dabei bleibt. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass mir jetzt sehr viel los ist und es sehr lustig ist. Es ist so eine wunderschöne Atmosphäre, ein typischer Sommerball. Das Wetter spielt heute super mit, man trifft wahnsinnig viele Bekannte und das ist wirklich ein Grund, wieso man wieder herkommen soll. Das Wetter spielt heute super mit, man trifft wahnsinnig viele Bekannte.